Hallo, ich bin Susann Enders, gesundheitspolitische Sprecherin der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Ich hoffe, ihr genießt eure wohlverdienten Ferien. Das gilt besonders für unsere Krankenhausbeschäftigten. Ihr müsst ein immer höheres Arbeitspensum stemmen, steht unter Kostendruck und habt viel Stress. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin 25 Jahre selber im OP gestanden. Am 8. Oktober veranstalten wir Freie Wähler deshalb den Parlamentarischen Abend Wertschätzung des Vitamin für das Krankenpflegepersonal. Wir wollen zuhören und mit euch und mit Experten darüber diskutieren, was die Landespolitik tun kann, um den Arbeitsalltag von Krankenschwestern und Pflegern zu verbessern. Vor allem aber wollen wir euch Danke sagen. Seid dabei, bringt eure Ideen ein, anmelden könnt ihr euch schon heute, einfach indem ihr unten auf den Link klickt. Jetzt aber erstmal einen schönen Urlaub. Wir sehen uns am 8. Oktober hier im Bayerischen Landtag.